Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen bei Radio Berg. Ich bin Manfred Rütten und hier folgt jetzt ein Beitrag der Evangelischen Kirche aus dem Bergischen Land. Heute kennt fast jeder die Bergpredigt aus dem Neuen Testament. Der Wegweiser für Gerechtigkeit und Frieden. Das haben wir Luther zu verdanken, sagt Hans-Georg-Pflömer, Schulpfarrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiel. Wenn wir heute 500 Jahre später Neues Testament lesen, ist das wahrscheinlich relativ selbstverständlich, dass es im Neuen Testament um den gnädigen Gott geht. Vielleicht ist die aktuelle Frage, wie geht es um gnädige Menschen? Wie können wir miteinander umgehen? Für den Schulpfarrer eine spannende Frage, vor allem auch, wenn die Antwort religionsübergreifend gesucht wird. Und da war die Idee, da dann die Bergpredigt rauszusuchen, wo Jesus den Menschen Wegweisungen gibt und das mit einem Muslim, der sehr an der Bibel und am Christentum und am Dialog interessiert ist, mit einem Muslim zusammen zu machen. Muhannad Khorchide ist Muslim, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie und Professor für Islamische Religionspädagogik in Münster. Er sagt, Islam ist Barmherzigkeit und hat darüber viele Texte und Bücher geschrieben. Auf Einladung des Gymnasiums kommt er am 5. September nach Wiel. Morgens diskutiert er mit Schülern, abends mit einem breiten Publikum im Evangelischen Gemeindehaus in Wiel-Oberbandenberg. Also das ist auch ein ganz interessanter theologischer Ansatz. Khorchide sagt, der Koran ist ein Buch, was alle Menschen angeht. Und da war meine Idee, was ist denn mit der Bergpredigt? Die ist noch ein ganzes Stück älter. Geht die die Menschen heute noch was an? Oder positiv gesagt, was kann man daraus machen? Wie kann man das aktualisieren? Khorchide ist unter Muslimen umstritten, weil er neue Ansätze verfolgt. Immer wieder steht er deshalb unter Polizeischutz. Es ist sein zweiter Besuch in Wiel und Superintendent Michael Braun ist gespannt auf die Diskussionen. Das Schöne ist, mit einem Islamwissenschaftler die Bibel zu lesen, nochmal eine Außenperspektive geschenkt zu bekommen. Viele Texte, gerade die Bergpredigt, sind ja etwas, was man fast auswendig kann. Und dann nochmal mitzukriegen, wie jemand diesen Text wahrnimmt, liest, hört, versteht, der nicht in dieser Tradition und Geschichte steht. Das ist ein echtes Geschenk, wenn man sich so nochmal bereichern lassen kann. Weitere Informationen rund um den 500. Geburtstag des Neuen Testaments und über den Abend mit dem Islamwissenschaftler Muhannad Khorchide gibt es auf www.ekagar.de. Das war ein Beitrag von Susanne Hart.